Die Nachfrage nach Biokraftstoffen wird in den kommenden Jahren immer weiter steigen. Verbio ist das einzige Unternehmen in Europa, das Biokraftstoffe im industriellen Maßstab herstellt. Nachdem sich die Aktie in der Corona-Zeit verzehnfacht hat, ist sie deutlich zurückgekommen. Doch ist Verbio jetzt ein Kauf? Darüber sprechen wir heute. Hallo, mein Name ist Luca und ich freue mich, dass du dir heute mein Video anschaust. Bitte beachte, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung handelt, sondern die Aktienanalyse nur der Unterhaltung dient. Und Investitionen in Aktien können Risiken bis hin zum Totalverlust bergen. Los geht's. Wir schauen uns an, was der Kurs gemacht hat, wie Verbio Geld verdient und wie sich der Markt entwickelt, auf dem Verbio dies tut. Wir werfen auch kurz einen Blick auf die Zukunftspläne des Unternehmens, bevor wir die Geschäftszahlen und die Prognosen für die Nahezukunft ins Auge nehmen. Zum Schluss gibt's von mir noch ein Kursziel. Wie bereits angeteast, ist der Kurs in der Green Energy Bubble während Corona explodiert. Öl war damals totgesagt und Verbio hat dann wegen dem Ukraine-Krieg Rekordgewinne eingefahren. Doch mit steigenden Getreidepreisen wurde die Marge wieder kleiner und heute ist Verbio mit neuen Problemen konfrontiert, über die wir später sprechen. Entsprechend ist der Kurs seit einem Jahr im Abwärtstrend, wobei sich nach dem Tief am 18.01. bei 18,87 Euro eine Gegenbewegung einstellte. Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Euro, einem Kursbuchwertverhältnis von 1,36 und nach der jüngsten Gegengewinnwarnung bei einem KGV von ungefähr 20. Für das abgelaufene Geschäftsjahr läge das Kursgewinnverhältnis bei unter 10. Verbios Hauptprodukte sind Bioethanol, Biogas und Biodiesel. Bioethanol und Biodiesel werden im normalen Kraftstoff an der Tankstelle zugemischt. 5% Bioethanol bei normalem Super, 10% Bioethanol bei E10 oder bis zu 7% Biodiesel bei Diesel. Theoretisch kann man auch mit reinem Bioethanol fahren, wie es die Brasilianer dank riesiger Zuckerraubplantagen tun, oder Fahrzeuge mit Biodiesel betreiben. Da die CO2-Emissionen bei Biodiesel 70% und bei Bioethanol 80% geringer sind und es verbindliche Emissionsreduktionsziele gibt, wird der Anteil an Biokraftstoffen steigen, bei steigendem CO2-Preis sogar dann, wenn die Kraftstoffe deutlich teurer wären als ihr Erdölpondant. Im Produktionsprozess wird Biomasse, z.B. Stroh, entweder vergoren oder Pflanzenöl chemisch verändert. Neben den Hauptprodukten fällt dabei bei Bioethanol Schlempe an, aus der man mittlerweile hocheffizient auch Biogas in Erdgasqualität herstellen kann. Außerdem kann man aus der Schlempe noch Düngemittel gewinnen. Bei der Biodieselherstellung fallen Phytosterole und Glycerin an, die in der Industrie weiterverwendet werden. Fangen wir mit Biodiesel an, bevor wir uns Bioethanol und Biomethan anschauen. Wir erinnern uns, dass Biodiesel aus Pflanzenöl gewonnen wird. Insofern ist sowohl der Preis für Biodiesel als auch der Preis für Rapsöl für Verbio relevant, denn der Gewinn ergibt sich aus dem Spreed der Marktpreise Bayer Produkte. Hier sieht man, dass die Preise für Rapsöl tendenziell sinken, aber die Preise für Biodiesel ungleich niedriger erwartet werden. Hier schrumpft der Spreed deutlich zusammen, sodass man für das laufende Geschäftsjahr, das am 01.07.2023 begonnen hat, einen deutlich geringeren Gewinnbeitrag erwartet. Dies liegt unter anderem an China. Zwischen 2016 und 2022 hat China seine Biodiesel-Exporte verzwölffacht und auch 2023 hat China deutlich mehr Biodiesel exportiert als im Vorjahr. Diese Angebotsschwemme drückt nun auf die Preise und China hat hier auch durch mutmaßlichen Betrug Kostenvorteile. Seit 2023 ist die Verwendung von frischem Palmöl für Biodiesel nicht mehr erlaubt. Als diese Regelung in Kraft trat, exportierte China plötzlich viel mehr Biodiesel aus altem Speisefett oder anderen Abfallstoffen nach Deutschland, während China plötzlich immer mehr Palmöl aus Indonesien und Malaysia importierte. Den Unterschied zwischen wiederaufbereitetem und frischem Palmöl kann man aber im Endprodukt nicht feststellen. Und so liegt der Verdacht nahe, dass China frisches Palmöl so umetikettiert, dass es damit Dickkasse machen kann. Da China schlicht keine Vor-Ort-Kontrollen erlaubt, kann man das auch nicht vor Ort überprüfen. Stattdessen probiert die EU es nun auf einem anderen Weg. Im Januar hat man eine Anti-Dumping-Untersuchung begonnen. Wenn dabei herauskommt, dass China den Preis für Biodiesel künstlich drückt, darf die EU Zölle auf chinesischen Biodiesel verhängen. Damit könnte man den Preis erhöhen, damit die europäische Biodieselindustrie profitabel wirtschaften kann. Die Untersuchung wird aber vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte zu einem Ergebnis kommen. Was man aber auf jeden Fall anmerken sollte, sind die Umweltauswirkungen der chinesischen Praxis. Da sie behaupten, Abfallprodukte zu recyceln, bekommt chinesischer Biodiesel direkt doppelte CO2-Gutschriften, während in Wirklichkeit Urwald abgefackelt wird, um Palmölplantagen anzulegen. Der Sinn der neuen Regelung wird also komplett konterkariert und der Umwelt letztlich mehr geschadet, als würde man einfach Erdöl verbrennen. Die EU muss dieser Praxis also stoppen, egal mit welcher Begründung. Die Hauptfrage ist, wann? Bevor wir uns jetzt Bioethanol anschauen, noch kurz in eigener Sache. Falls es dir bis hierhin gefällt, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bioethanol und Biogas werden in den Berichten von Verbio gemeinsam präsentiert. Dies liegt auch daran, dass sie im selben Wertschöpfungsprozess anfallen, seit Verbio 2010 angefangen hat, die Schlempe zur Gasproduktion zu nutzen. In Folge des Ukraine-Kriegs fielen die Spreads ins Negative, bevor die Weizenpreise konsolidierten und man mit Ethanol und Biogas wieder gutes Geld machen konnte. Seit September wird der Spread zwischen Vorprodukt und Ethanol auch hier wieder enger. Und auch das wird negativ auf den Gewinn wirken. Schauen wir uns jetzt noch an, wie die THG-Quote funktioniert. Um die Emissionsziele zu erreichen, wurden auch Mineralölkonzerne verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Quote zwingt sie jedes Jahr zu einer größeren Einsparung. Natürlich kann man mit Mineralöl kaum Emissionen einsparen, ein wenig schon, wenn man zum Beispiel die Raffinierung effizienter macht. Aber im Endeffekt ist es ein Produkt, das man verbrennt und das dann zu Treibhausgasen wird. Um diese Quote einzuhalten, müssen sie also entweder Biokraftstoffe beimischen oder sich THG-Zurechnungsquoten kaufen, zum Beispiel auch von E-Auto-Fahrern. Tun sie das nicht, dann müssen sie 600 Euro pro Tonne CO2 bezahlen, die sie mehr ausgestoßen haben, als sie hätten ausstoßen dürfen. Der Quotenpreis definiert das Premium, das Biokraftstoffhersteller verlangen können. Er ist durch China entsprechend unter Druck. Man sieht aber, dass man wohl auch in Zukunft wenig Absatzprobleme haben wird, da es sicher expandieren kann und bestimmt auch irgendwann wieder ein höheres Premium vereinnahmen kann, wenn mal kein Angebotsüberhang mehr vorliegt. Hier sieht man den besorgniserregenden Trend bei der THG-Quote. Bis Ende des Jahres hatte Verbio noch zu attraktiven THG-Preisen vorvermarktet. Wie sich das äußert, sieht man in den H1-Zahlen dann am 8. Februar. Für das dritte Quartal dürfte es aber dann weiter auf die Marge drücken. Wenn fairer Wettbewerb sichergestellt ist, heißt das, dass man problemlos in Wachstum investieren kann. Solange die Branche nicht schneller wächst, als die THG-Quote die Treibhausgasemissionsreduktion vorschreibt, und das macht sie sehr schnell, dürfte es keine großen Probleme geben. Und die Wettbewerber hätten ja den gleichen Spread und würden ihre Produktion auch drosseln, wenn die Preise zu niedrig wären. Technologieführer wie Verbio hätten dann den Vorteil, dass sie effizienter arbeiten und würden eigentlich immer profitabel bleiben. Insofern ist es nur logisch, dass auch Verbio auf Wachstumskurs ist. Neben Deutschland ist Verbio als einziger großindustrieller Produzent von Biokraftstoffen in Europa auch noch in Polen und Ungarn vertreten. Außerdem hat man Ende 2022 eine Bio-Raffinerie zur Biogaserzeugung in Punjab, Indien, in Betrieb genommen. In Indien gibt es jede Menge ungenutztes Stroh und die Anlage von Verbio ist die erste ihrer Art. Somit besteht auch viel Potenzial für weiteres Wachstum. Doch Indien ist traditionell schwierig wegen seiner Regulierungen. Deswegen wird sich zeigen, ob Indien wirklich der Schlüssel in eine große Zukunft sein kann. In den USA hingegen hat man bereits 2021 eine erste Biomethananlage in Iowa in Betrieb genommen und 2023 eine weitere Anlage in Indiana gekauft. Verbio plant in den nächsten Jahren 5 bis 10 weitere Anlagen in den USA in Betrieb zu nehmen und sieht hier seine Zukunft. Auch weil der mittlere Westen über ein riesiges Rohstoffpotenzial verfügt und weil der Inflation Reduction Act positive Investitionsrahmenbedingungen schafft. Neben globalen Kapazitätserweiterungen, beispielsweise einer Verdopplung der Bioethanol-Kapazität in diesem Geschäftsjahr, arbeitet Verbio auch an der technologischen Weiterentwicklung und will neben Glycerin und Phytosterolen weitere Spezialchemieprodukte aus Agrarrohstoffen gewinnen, um noch profitabler zu werden. Letztes Geschäftsjahr konnte Verbio seinen Ausstoß von Biodiesel und Ethanol um 10,7% steigern. Es wurden gerade 22% mehr Biogas produziert, wobei die Auslastung hier deutlich geringer war als im Vorjahr. Dies liegt daran, dass neue Anlagen noch nicht vollständig in Betrieb waren. Man sieht, dass im zweiten Halbjahr die Umsätze trotz gestiegener Produktion zurückgegangen sind. Dies liegt an den gefallenen Preisen und entsprechend wurde im zweiten Geschäftshalbjahr nur noch 47,9 Millionen Euro Vorsteuergewinn erzielt. Ein Quartal zuvor waren es noch 151,3 Millionen Euro. Auch auf Jahressicht ging das Vorsteuergebnis so um 56,8% auf nur noch 199,2 Millionen Euro zurück. Wir erinnern uns, dass die Preise weiter unter Druck sind, also kann man sich für das laufende Geschäftsjahr schon ungefähr vorstellen, was zu erwarten ist. Schaut man sich die beiden Hauptbereiche Biodiesel und Bioethanol getrennt an, dann sieht man, dass Biodiesel im zweiten Halbjahr nur noch 8,6 Millionen Euro zum EBIT beigetragen hat. Das waren nur noch 6,4% des Gewinns im ersten Halbjahr. Bei Bioethanol und Gas lief es besser, Biodiesel ist aber aktuell noch der deutlich größere Konzernteil. Ein genauer Blick auf die Zahlen des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres offenbart, dass man die Produktion von Diesel und Alkohol gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern konnte, bei Gas aber ein Rückgang zu verzeichnen ist. Während die Marge beim Biodiesel wieder besser wurde, ging die Marge bei Ethanol stark zurück. Wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, dass man nach Abschreibungen mit Bioethanol sogar Verlust gemacht hat. Trotzdem blieben im ersten Quartal pro Aktie noch 34 Cent hängen. Ein Blick in die Bilanz zeigt eine sehr gesunde Eigenkapitalquote von 72,6% und 170 Millionen Euro an Cash, sodass die Finanzierung gesichert ist. Dem Eigenkapital von 945 Millionen Euro steht eine Marktkapitalisierung von etwa 1,25 Milliarden Euro entgegen. Das ist nicht teuer, aber impliziert trotzdem weiteres Wachstum. Die Zukunft ist grün. Doch dass nicht jedes Unternehmen, das in dieser Zukunft arbeitet, auch zwangsläufig erfolgreich sein muss, kann man zum Beispiel an Siemens Energy sehen oder auch an Velocis. Ein Unternehmen, das aus Holzabfällen Flugzeugkraftstoff herstellen wollte und sich nach der Zinswende kein Wagniskapital mehr besorgen konnte. Verbio war in den letzten Jahren hoch profitabel und steht jetzt vor neuen Herausforderungen. Während man bei der Vorstellung der Q1-Zahlen noch die Geschäftsprognose bestätigt hatte, wonach man dieses Geschäftsjahr mit ähnlichem Ergebnis abschließen wollte wie das letzte, musste man diese Prognose vor zwei Wochen in einer Ad-Hoc-Mitteilung kassieren und das prognostizierte Ergebnis quasi halbieren. Im ersten Quartal wurden bereits 48 Millionen EBI-TDA erzielt, sodass man offensichtlich davon ausgeht, in den restlichen drei Quartalen noch weniger einzunehmen. Der Cashflow für die zeitgleich stattfindenden Investitionen wird also noch deutlich negativer und Verbio braucht für seine Expansion neues Kapital. Das wird man auch fraglos bekommen, was aber auch bedeutet, dass angesichts hoher Zinsen die Finanzierungskosten zukünftig etwas aufs EBT drücken werden. Die Ausbauziele versprechen im folgenden Geschäftsjahr 2024-2025 ein starkes Umsatzwachstum. Sollten sich die Margen bei Ethanol und der THG-Preis bis dahin erholen und vielleicht sogar das China-Problem adressiert werden, könnte man dann auch wieder ein sehr schönes Ergebnis erreichen. Sehr kurzfristig könnten die Quartalszahlen am 8. Februar noch einmal für einen Abverkauf sorgen. Auch eine weitere makroökonomische Eintrübung dürfte die Probleme bei Verbio eher verschärfen. Wenn zum Beispiel Speditionen weniger Kraftstoff verbrauchen, müssen auch Mineralölkonzerne weniger Sprit herstellen und erfüllen die THG-Quote dann auch schon dadurch, dass sie einfach weniger verkaufen. Sie müssen dann also keine THG-Zertifikate mehr kaufen oder Biosprit beimischen. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen an die kommenden Quartale nach der ad hoc-Mitteilung nun bereits sehr gering und könnten daher übertroffen werden. Sollte die EU unerwartet früh eine Entscheidung wegen Dumping gegen China treffen, wäre dies natürlich auch sehr bullisch. Zudem werden die aktuell sehr niedrigen THG-Preise natürlich irgendwann steigen. Wenn die Wirtschaft sich nächstes Jahr holt und gleichzeitig die Quote erhöht, wäre das beispielsweise eine Möglichkeit. Die Frage ist halt wann. Längerfristig will Verbio noch stark wachsen und möchte mehrere weitere Anlagen in den USA erschließen sowie neue Nebenprodukte herstellen. Selbst wenn die Marge eher gering bleibt, wird Verbio in fairem Wettbewerb wohl profitabel wirtschaften können. Mehr Umsatz und eine positive Marge bedeutet so auch mehr Gewinn. Das ist der Moment, auf den du gewartet hast. Viele springen auch einfach vor, was auch okay ist, wenn man vor einer näheren Beschäftigung mit dem Unternehmen wissen will, ob das Investment denn generell Sinn machen könnte. Fangen wir mit dem Minimalpreis an. Als Minimalpreis bezeichne ich das Preisniveau, bei dem ein Unternehmen ein auf Basis seines aktuelles erwartenden Gewinns unbedingt ins Depot wandern sollte. Bei dem Zinsniveau von 4% sind ungefähr 5% Gewinnen auf dem aktuellen Kursniveau nicht unbedingt attraktiv. Nach Abschlag für das aktuelle Zinsniveau auf einem Baseline KGV von 10 läge die Rendite bei 12,5%, was attraktiv ist. Das ist zum Beispiel ungefähr die Größenordnung, zu der man Vodafone einsammeln kann. Verbio ist aber natürlich cooler als Vodafone. Verbio ist in einer Trendbranche und Verbio wächst. Das sollte man honorieren und so komme ich auf einen Minimalpreis, also einen Preis, bei dem ich maximal investiert wäre, von aktuell 12 Euro. Ich denke nicht, dass Verbio so tief fällt, aber wenn, dann wäre das ein Strong Buy. Schauen wir uns meine Erwartungen für die nächsten 24 Monate an. Die EU wird Einführzölle für chinesischen Biodiesel verhängen, weil sie gar nicht anders kann, ohne die Umweltziele zu konterkarieren. Dadurch steigen THG-Quotenpreise und Dieselpreise. Die EZB wird die Zinsen senken, wodurch der Abschlag auf das aktuelle Zinsniveau wegfällt. Auch die Energiepreise werden wieder etwas anziehen, vor allem Gas ist aktuell ziemlich günstig. Ich erwarte für 2024, 2025 ein Ergebnis von mindestens 3 Euro. Bei einem zinskorrigierten 14-Multipel ergibt sich daraus ein Kursziel von 42 Euro. Es kann aber natürlich noch besser kommen als alle erwarten, nämlich dann, wenn wieder irgendwas schlechter läuft als alle erwarten. Für diesen Fall, nämlich dass wir eine erneute Energiekrise erleben und Verbio seine Marge entsprechend einstreichen kann, halte ich Kurse von bis zu 140 Euro für möglich. Das sollten wir uns aber nicht wünschen. Man kann es als eine Art Absicherung für dieses makroökonomische Risiko verstehen. Natürlich kann die Aktie auch auf 0 oder unter 12 Euro gehen. Bitte versteht dieses Video nicht als Anlageberatung, es ist nur meine persönliche Meinung. Mein persönliches Vorgehen ist so, dass ich die Quartalszahlen abwarte. Sollten die 18,87 Euro halten, werde ich kaufen. Sollten die 18,87 Euro fallen, warte ich ab, wie die Aktie weiterfällt. Sollte die Aktie nach den Quartalszahlen steigen, kaufe ich nicht, sondern lege einen Sparplan an, weil ich denke, aber natürlich nicht sicher weiß, dass die Aktie dann später nochmal die 20 testen wird. Abonniere jetzt meinen Kanal, damit du auch das nächste Video zu den H1-Zahlen im Feed angesagt bekommst. Danke dir für das Zuschauen und bis bald.